Ich sage Ihnen aber eh nicht mehr, falls die Frage ist, was jetzt passiert, es wird jetzt die SPÖ-Spitze sich mit der Frage des nächsten Bundeskanzlers beschäftigen und nachher dann sagen, was dabei rausgekommen ist. Und da jetzt noch vorher, jetzt sage ich nicht mehr. So, und was habe ich jetzt gerade gesagt? Nachher gibt es Antworten, jetzt nicht. Wann ist nachher?